...auf den Ball gefielten! Ja, ja. das war kein Fall. Da wird sich der Aufregungen das erste Mal, die beiden Szenen haben wir geholfen. Und jetzt sitzt das erste Mal hitzig hier Moritz Leitner. Hier mal die Schiri-Cam, hat mich komplett abgeholt. Ich bin dran! Ich bin dran! Aber ganz ehrlich, Leitner ist doch erfahren genug, dass er sowas nicht aufmacht. Ja, aber du bist ein Fußballer.